Wir begrüßen Sie und freuen uns, Ihnen eines der fairesten Geschäfte der Welt zu präsentieren. Warum ist dieses Geschäftsmodell fair? Es ist in jedem geschäftsfähigen Alter umsetzbar, unabhängig der beruflichen Vorbildung. Frauen und Männer sind gleichgestellt. Jeder bestimmt seine Aufstiegschancen selbst. Zusammenfassend kann man sagen, absolut jeder hat dieselbe Chance. Das nennen wir fair. Viele bekannte Persönlichkeiten unterstützen das Geschäftsmodell, welches wir als eines der fairesten Geschäfte der Welt bezeichnen. Um das Geschäftsmodell besser verstehen zu können, wollen wir uns zunächst einmal einen allgemeinen Überblick über die beiden grundsätzlichen Einkommensstrategien verschaffen. Das lineare Aktiveinkommen und das progressive Passiveinkommen. Ein Aktiveinkommen bedeutet, dass man immer wieder erneut arbeiten muss, um dieses Einkommen zu erhalten. Linear bedeutet, dass es sich nicht großartig steigern lässt. Man arbeitet einen Monat und bekommt Geld. Im folgenden Monat muss man erneut arbeiten, um wieder Geld zu bekommen. Arbeitet man nicht Monat für Monat weiter, bekommt man kein Geld mehr. Zudem ist es sehr schwierig, mit dieser Einkommensstrategie die Einnahmen deutlich zu erhöhen. Im Falle einer Kündigung oder einer Insolvenz ist auch schnell die gesamte Existenzgrundlage gefährdet. Das lineare Aktiveinkommen findet man bei Arbeitnehmern sowie bei vielen Selbstständigen wieder. Menschen mit einem linearen Aktiveinkommen fühlen sich oft wie der sprichwörtliche Hamster im Laufrad. Schauen wir uns dazu eine typische Alltagssituation vieler Angestellte an. Morgens steht man aus einem Bett auf, welches einem möglicherweise nicht gefällt. Dies geschieht zwischen 5 und 7 Uhr, was einem möglicherweise auch nicht besonders gut gefällt. Man geht zum Auto, welches einem möglicherweise nicht gefällt, und fährt zur Arbeit, die einem möglicherweise auch nicht gefällt. Und steht dann noch im Stau, was einem sicher auch nicht gefällt. Nach der Mittagspause trifft man den Chef, dem man möglicherweise selbst nicht gefällt. Nach 8 Stunden harter Arbeit, die einem möglicherweise nicht gefallen haben, steht man wieder im Feierabendverkehr, was einem möglicherweise auch nicht gefällt, und fährt nach Hause. Und so geht das Tag für Tag, 5 oder 6 Tage pro Woche, 4 Wochen im Monat, 12 Monate im Jahr, und das 45 Jahre lang, in der Hoffnung, als Rentner endlich das tun zu können, worauf man sein ganzes Leben gewartet hat. Vorausgesetzt, die Rente reicht dann dafür. Schauen wir uns auch eine mögliche Alltagssituation eines Selbstständigen an. Nehmen wir einmal an, man fühlt sich der Mode hingezogen und beschließt, eine Boutique zu eröffnen. Man sucht sich ein geeignetes Geschäft, man nimmt einen Kredit für den Ausbau und die Erstausstattung von zum Beispiel 100.000 Euro auf. Man muss nun 3 bis 6 Monate bis zur Fertigstellung und Eröffnung einplanen. Am Anfang muss man jeden Tag selbst im Laden stehen, bis das Geschäft läuft. In der Regel arbeitet man die ersten 4 bis 6 Jahre jeden Tag, um in die Gewinnzone zu kommen. Man arbeitet in dieser Zeit also nur, um seine Investitionen wieder herauszubekommen. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Risiken. Falsche Lage der Boutique, falsche Modelinie, ein großes Shoppingcenter wird in der Nähe gebaut, die Kauflaune der Verbraucher sinkt, die Preise sind falsch kalkuliert. Fazit, der Traum von einer Selbstständigkeit kann sich schnell zu einem Albtraum entwickeln, da der Erfolg auch von vielen äußeren Faktoren abhängig ist, welche man selbst nur bedingt beeinflussen kann. Ehe man sich versieht, findet man sich auch hier im sprichwörtlichen Hamsterrad wieder. Denn wie bei den Angestellten kann diese Art von Geschäft auch schnell in eine Abhängigkeit führen, weil die Umsätze durch die Kapazität des Geschäfts begrenzt sind. Wir können also an diesem Punkt festhalten, dass das lineare Aktiveinkommen für Angestellte sowie für Selbstständige in aller Regel nicht der Weg zu einer finanziellen Unabhängigkeit ist. Kommen wir nun zur Einkommensstrategie des progressiven Passiveinkommens. Ein Passiveinkommen bedeutet, dass man für dieses Einkommen nach der Aufbauzeit nicht mehr aktiv tätig sein muss, ähnlich einer Rente oder Mieteinnahmen. Progressiv bedeutet, dass es sich zudem deutlich steigern lässt. Angenommen, man erhält ein monatliches Passiveinkommen von 1.000 Euro mit progressiver Steigerung um 1.000 Euro monatlich pro Jahr. Also im ersten Jahr 1.000 Euro monatlich, im zweiten Jahr 2.000 Euro monatlich, im dritten Jahr 3.000 Euro monatlich und so weiter. Das bedeutet im ersten Jahr 12.000 Euro Gesamteinkommen, im zweiten Jahr 24.000 Euro Gesamteinkommen, im dritten Jahr 36.000 Euro Gesamteinkommen und so weiter. Nach zehn Jahren wären das 120.000 Euro Einkommen pro Jahr, nach 20 Jahren 240.000 Euro Einkommen pro Jahr und nach 30 Jahren 360.000 Euro Einkommen pro Jahr. Das progressive Passiveinkommen findet man oft bei Kapitalanlagen wieder, sowie bei Geschäftsformen, die diese Art des Einkommens möglich machen. Menschen, welche ein progressives Passiveinkommen beziehen, werden in den meisten Fällen wohlhabend und können das Leben in vollen Zügen genießen. Fassen wir an dieser Stelle kurz zusammen. Die einen befassen sich ein Leben lang mit linearem Aktiveinkommen, machen sich abhängig von anderen Menschen, die sie Chef nennen, und zählen ihre Arbeitsstunden oder machen sich zu Sklaven ihres eigenen Geschäfts. Die anderen befassen sich mit progressiven Passiveinkommen und investieren in diese Möglichkeiten, um so im Laufe der Zeit wohlhabend und unabhängig zu werden. Eine gute Möglichkeit für Menschen, welche sich im Hamsterrad des linearen Aktiveinkommens gefangen fühlen, wäre doch, sich ein Geschäft mit dem progressiven Passiveinkommen im Nebenberuf aufzubauen, mit dem Ziel, sich irgendwann komplett aus dem linearen Aktiveinkommen zu befreien. Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe eine Einkommensmöglichkeit, welche die Vorteile der eben genannten Einkommensstrategien vereint, jedoch die Nachteile weitgehens ausschließt. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings noch. Die Möglichkeit ist ausschließlich für motivierte Menschen geeignet, welche bereit sind, sich ernsthaft mit dieser Strategie zu befassen. Schauen wir uns zunächst einmal die fünf grundsätzlichen Anforderungen an, welche ein erfolgreiches Geschäft erfüllen sollte, um progressive Passiveinkommen zu erzielen. Die erste wichtige Anforderung ist das Marktpotenzial. Man kann sich in einem etablierten Standardmarkt engagieren. Dort findet man sich jedoch oft in einer Konkurrenzsituation wieder, weil diese Märkte meist stark besetzt und die Expansionsmöglichkeiten dadurch begrenzt sind. Optimal wäre es, sich in einem Marktumfeld mit überdurchschnittlichen Expansionsmöglichkeiten zu etablieren, welches bereits die nächsten Zukunftstrends beinhaltet. Was sind zum Beispiel große Trends? Services, Dienstleistungen und Techniken, welche das Leben verbessern. Gesundheitsvorsorge, Wellness, alles rund um die Altersvorsorge, Erhaltung der körperlichen Fitness und des guten Aussehens, persönliche Weiterbildung, Möglichkeiten sein Einkommen durch Nebeneinkünfte zu erhöhen. Über die Markttrends hinaus sollte man sich auch mit den Trends der Geschäftskonzepte befassen, wie zum Beispiel Filialsysteme wie Drogerie und Supermarktketten, um expandieren zu können. Das Internet, um die Schnelligkeit und Kosteneffizienz zu nutzen. Services und Dienstleistungen, um keine eigene, teure Produktion aufrechterhalten zu müssen. Nischenmärkte, um nicht in Konkurrenz mit den Großen im Markt zu stehen. Optimal wäre also ein Geschäft, welches eine clevere Kombination aller Trends beinhalten würde. Die zweite wichtige Anforderung ist ein exklusives Angebot. Mit einem exklusiven Angebot in Form von Produkten oder Dienstleistungen hebt man sich vom Markt ab und sichert sich dadurch oftmals eine Alleinstellung. Dadurch ist weniger Konkurrenz zu erwarten und man kann einen höheren Preis erzielen. Man wird zum Bediener eines Bedarfs. Das bedeutet, Kunden kaufen die Produkte oder Dienstleistungen, weil sie diese haben wollen. Ein aktiver Verkauf in diesem Sinne ist also nicht notwendig. Teure Werbung wird durch die persönliche Weiterempfehlung zufriedener Kunden überflüssig. Das so gesparte Geld kann man dann wiederum in einen noch besseren Service oder noch bessere Produkte investieren, um so seine Alleinstellungsmerkmale noch weiter auszubauen. Ein eventuell vergleichbares Angebot eines Konkurrenten kann auch durch eine bessere Beziehung zum Kunden exklusiver werden. Die bessere Serviceleistung, das etwas mehr, wird somit oftmals zum Garant für stabile Umsätze. Optimal wäre also ein Geschäft mit exklusiven Angeboten, welches einem den Freiraum bietet, sich voll und ganz auf die Serviceleistungen konzentrieren zu können. Die dritte wichtige Anforderung sind die Stammkunden. Die sogenannten Stammkunden sind das Kernstück eines jeden Unternehmens, weil die Anwerbung neuer Kunden immer am teuersten und aufwendigsten ist. Geschäfte, bei denen Sie immer wieder auf Neukunden angewiesen sind, sind die stressigsten. Stammkundenumsätze entstehen durch Produkte, Services und Dienstleistungen, welche immer wieder gerne nachbestellt werden. Am sichersten sind meistens solche Geschäfte, welche von vornherein immer auf automatisch wiederkehrende Umsätze aufgebaut sind. Denken Sie dabei zum Beispiel an Ihre Energieversorger, Ihre Versicherungen, Ihre Telekommunikationsanbieter oder Ihre Lebensmittelhändler. Optimal wäre also ein Geschäft, bei dem man von einem immer größer werdenden Kreis von Stammkunden profitieren könnte. Die vierte wichtige Anforderung ist die Diversifikation. Diversifikation bedeutet, dass man nicht alles auf eine Karte setzen sollte, sondern sich durch Streuung eine höhere Sicherheit aufbaut. Dazu zwei Zitate. Arnold Schwarzenegger sagte zu diesem Thema, wir möchten die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht. Diese Abhängigkeit ist grundfalsch. Sie ist so falsch wie die Strategie eines Investors, der sein Geld nur in ein einziges Produkt oder eine einzige Firma steckt. Man muss diversifizieren. Man muss in 30 verschiedene Firmen investieren, nur dann kann man sicherstellen, dass die Investition auch wächst. Donald Trump sagte zu diesem Thema, Das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass, wenn die Zeiten hart sind, Sie zur Absicherung Ihres Vermögens Ihre Kapitalanlagen diversifizieren müssen. Wenn Sie das nicht tun, so wie ich es früher eben nicht getan habe, werden Sie wahrscheinlich Ihr Vermögen verringern. Schlimmstenfalls könnte man alles verlieren. Optimal wäre also ein Geschäft, welches einem Einnahmen aus mehreren verschiedenen Quellen liefern würde. Die fünfte wichtige Anforderung sind die Hebeleffekte. Was ist ein Hebel überhaupt? Sie kennen den Begriff sicher aus der Physik. Hebel bedeutet, mit einem geringen Kraftaufwand eine wesentlich höhere Kraft ausüben. Mit einem Hebel kann zum Beispiel ein Kind einen LKW anheben oder sogar umwerfen. Es ist auch ein Hebel, wenn Sie zum Beispiel ein Buch schreiben oder eine CD produzieren und diese millionenfach vervielfältigen und verkaufen. Die Produktionsmaschinen übernehmen dabei die Vervielfältigung einer einmal erbrachten Leistung. Im geschäftlichen Bereich sind Hebeleffekte also die Vervielfältigung von Leistungen, um höhere Ergebnisse zu erzielen. Auch Mitarbeiter stellen einen Hebel dar. John Paul Getty, erster amerikanischer Milliardär, sagte einmal dazu, ich verdiene lieber 1% an der Arbeitskraft von 100 Menschen, als dass ich zu 100% von meiner eigenen Arbeitskraft abhängig bin. Was diese Aussage bedeutet, wollen wir anhand eines praktischen Beispiels verdeutlichen. Angenommen, man würde selber 160 Stunden für je 20 Euro arbeiten. So hätte man ein monatliches Einkommen von 3.200 Euro. Was wäre nun aber, wenn man an der Arbeitskraft von 100 Menschen, die dasselbe verdienen, mit nur 1% beteiligt wäre? Man würde auch ein monatliches Einkommen von 3.200 Euro erhalten, jedoch ohne selber dafür arbeiten zu müssen. Ein weiterer Vorteil an dieser Art von Einkommen ist die Sicherheit. Da man nicht mehr zu 100% von seiner eigenen Arbeitskraft abhängig ist. Denn wenn einer von 100 Menschen ausfällt, hat es keine große Auswirkung auf das eigene Einkommen. Ist man nur von seiner eigenen Arbeitskraft abhängig, würde man bei einem Ausfall 100% seines Einkommens verlieren. Optimal wäre also ein Geschäft, mit dem man an der Arbeitskraft von Hunderten oder sogar Tausenden Menschen profitieren könnte, ohne auch nur eine einzige Arbeitsstunde dieser Menschen bezahlen zu müssen. Lernen Sie jetzt eines der fährsten Geschäfte der Welt kennen, welches alle fünf Anforderungen an ein erfolgreiches und langfristig stabiles Geschäft erfüllt, sowie eine exzellente Möglichkeit für ein progressives Passiveinkommen bietet. Dieses Geschäftsmodell heißt Network Marketing. Network Marketing gibt es schon seit vielen Jahrzehnten. Es ist eine weltweit etablierte Form des Absatzes von Produkten und Dienstleistungen. Der Absatz erfolgt dabei nicht über Ladengeschäfte, sondern direkt über ein Netzwerk von Vertriebspartnern. Durch die Aussparung von Großhandel und Einzelhandel kann der Vertriebspartner überdurchschnittlich profitieren. Eine Network Marketing Struktur ist genauso aufgebaut wie jede Unternehmensstruktur weltweit, allerdings mit einigen zusätzlichen Vorteilen. In jeder Unternehmensstruktur gibt es zunächst einmal den Chef. Unter diesem befinden sich die Angestelltenmitarbeiter. In größeren Unternehmen wird diese Hierarchie in weitere Ebenen unterteilt, wie zum Beispiel Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Teamleiter und die ganz normalen Mitarbeiter. Diese Hierarchie funktioniert nur deshalb, weil die Mitarbeiter aus jeder oberen Ebene grundsätzlich mehr verdienen als die Mitarbeiter in den Ebenen darunter. Eine Karriere innerhalb des Unternehmens ist nur einzelnen Mitarbeitern vorbehalten. Eine Network Marketing Struktur setzt sich aus vielen selbstständig arbeitenden Mitarbeitern zusammen, die sogenannten Vertriebspartner, welche ein gemeinsames Ziel verfolgen. Der Vorteil dieser Art von Struktur ist, dass jeder einzelne Mitarbeiter durch den Aufbau einer größeren Struktur mehr verdienen kann als die Mitarbeiter darüber. Somit ist gewährleistet, dass immer die produktivsten Mitarbeiter das meiste Geld verdienen. Dadurch hat jeder dieselbe Chance, Karriere zu machen. In einer Network Marketing Struktur wird man je nach Vergütungsplan über eine begrenzte Anzahl von Ebenen bezahlt. Dadurch sind die Vergütungspläne für das Unternehmen kalkulierbar und somit kann eine leistungsgerechte Bezahlung an die Vertriebspartner erfolgen, egal in welcher Tiefe der Ebenen sich diese befinden. Abschließend wollen wir Ihnen noch eine kurze Zusammenfassung einiger Vorteile aufzeigen, von denen ein Vertriebspartner im Network Marketing profitieren kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017